Auf die jetzige Sendung freuen wir uns ganz besonders, weil es ist ein absolutes Trendprodukt. Es gibt ja sehr, sehr viele Massagegeräte auf dem Markt, aber es gibt eins, das hat einen absoluten Hype ausgelöst. Es will jeder haben, ist aber normalerweise auch sehr, sehr teuer. Und bei uns bekommen Sie dieses akkubetriebene, kabellose Akkumassagegerät jetzt nicht für 150 Euro, nicht für 100 Euro, nicht mal mehr für 50 Euro. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Und verwöhnen Sie sich, entspannen Sie sich, nutzen Sie die Gelegenheit, nutzen Sie jegliche Intensität, die Sie benötigen, ob Sie es sanfter mögen, ob Sie es härter mögen. Sie haben die Wahl und das sogar sehr, sehr leise. Also ich habe noch kein vergleichbares Gerät gefunden. Aber was ist denn jetzt das Besondere daran, Danny? Also ich liebe es. Das gab es natürlich schon lange in Amerika und Asien, aber jetzt auch bei uns. Und ganz hochwertig, kabellos, mit Akku betrieben, bis zu fünf Stunden Laufzeit. Und dann haben Sie sechs Stufen tatsächlich. Sie schalten es ein, hier, zack, da sehen Sie einen Punkt. Man kann es bis zu sechs Stufen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und Sie sehen, es ist absolut Geräusch, also wenig Geräuschkulisse, leise. Das ist der Wahnsinn. Die Qualität zu solch einem kleinen Preis, unheard of. Also ich kenne das nicht, dass so ein Qualitätsprodukt auch noch designt, richtig top, ohne Kabel, bis zu fünf Stunden Laufzeit, sechs Stufen Intensität. Und dann haben Sie auch noch vier Aufsätze. Ich sage Ihnen, ich bin hin und weg, bin so dankbar, dass wir das jetzt auch anbieten dürfen, weil ich sitze dann auch hinten in der Ecke, fünf Minuten Pause, zack, und massiere mir zum Beispiel die Füße. Ich habe jetzt hier den Aufsatz drauf für Fuß und Hand. Die sind mit dabei im Preis. Ja, das ist super. Und ganz einfach auch einfach aufzustecken. Sie drehen das, ich drehe, mache es mit so einer Drehfunktion ganz einfach. Zack, hier haben Sie einen und dann zack, einfach wieder rein, bisschen mit Druck reindrehen, kinderleicht. Und das Tolle ist, egal wo, egal wann, Sie nutzen es individuell eingestellt auf Ihre Bedürfnisse. Und sozusagen sind Sie ja eigene Massagetherapeut. Wenn Sie sagen, wenn Sie hier jetzt ein bisschen so Druck auf dem Bein oder schwere Füße haben, schwere Beine, dann setzen Sie sich eins auf. Und wenn Sie im Auto sitzen, ist ja dahingestellt. Sie warten auf die Kinder und sagen, ich habe noch drei Minuten oder vier. Ich mache es jetzt einfach mal zack und massiere mir den Fuß. Ich meine, das können Sie ja überall machen. Ich sage Ihnen, dann frage mich Kollegen Samaderni, warum siehst du denn eigentlich so entspannt? Das ist ja auch nichts. Ich habe gerade nur zwei Minuten die Füße massiert. Und mir sind die Beine jetzt viel leichter und ich habe eine viel bessere Stimmung und bessere Laune. Die Durchblutung ist direkt gefördert. Und ich fühle mich direkt wunderbar. Also kein Kraftaufwand und das Gerät macht wichtig, bringt die Leistung. Ich kann hier jetzt die Intensität noch verstärken und dann ein Wohlfühl-Moment. Das ist wie fünf Minuten Urlaub und das dürfen Sie nicht missen. Das gehört in jede Handtasche, jeden Haushalt. Und dann, wenn Sie fünf Minuten hier und da haben, wissen Sie genau, wie Sie die verbringen. Ihre Wohlfühloase to go. Oh, und das für 47,17 Euro. Oh, ich liebe es. Das ist natürlich ein Kracher. Also da jetzt nicht fragen, brauche ich, brauche ich nicht, sondern am besten, wie viele möchte ich haben. Statten Sie die ganze Familie damit aus, auch gerne den Partner, dann kann man sich gegenseitig massieren. Weil das ist ein Highlight, das ist ein Trendprodukt. Das sieht man momentan überall. Ich liebe es. Ich liebe es. Überall. Gibt es auch in den Fitnessstudios, da muss man sich auf Liste hinsetzen lassen, nur dass man das einmal testen darf. Und Sie haben es zu Hause, jeden Tag. Sie können es immer nutzen, wann Sie wollen. Es kann die Verspannungen lösen, gerade wenn Sie auch Durchblutungsstörungen haben, wenn Sie auch schwere, müde Beine haben. Wadenkrämpfe, ach, da kann ich nur ein Lied davon sehen. Nächtlich wache ich auf und habe Wadenkrämpfe, weil ich auch täglich auf sehr hohen Schuhen stehe oder falsches Schuhwerk allgemein. Da ist das Gold wert. Die Aufsätze sind ultraschnell umgesteckt und die bekommen Sie gratis noch mit dazu. Vier Stück sind schon mit dabei. Das sind die vier Aufsätze, ne, Danny? Ja, Wahnsinn. Also U-förmiger Aufsatz für tatsächliche Akupunkturpressur, also Punkte selber massieren. Pilzförmig, geht bis in die Tiefe, auch die inneren Muskelschichten, bis zum Beispiel bei Männern, die Brust, Bauch, bei Armen. Konischer Aufsatz, ich liebe diesen, für Füße und Hand möchte ich nicht mehr missen in meinem Leben. Kugelaufsatz, der ist für die großen Muskelpartien für Oberschenkel und Gesäß. Und ich sage Ihnen, jeder einzelne Muskel an Ihrem Körper wird jetzt mit diesem Gerät bedient sozusagen. Und Sie wissen auch zum Beispiel, der untere Rücken ist oftmals verspannt. Ja, das kommt vom Gesäß. Der Gesäßmuskel ist der größte Muskel am Körper. Und wenn Sie dann wirklich hier den Punkt so erwischen, das entspannt den Rücken, den unteren sofort. Das ist der Wahnsinn. Und es ist wie so eine Wellenfunktion. Und bumm, die ganze Haut und das Bindegewebe wird durchblutet. Und es geht in die Muskelschichten. Das ist der Wahnsinn. Ich liebe es. Also einmal ausprobiert, Sie werden das Gerät nie wieder aus der Hand geben. Sie sehen hier, das dringt bis in die tieferen Schichten, bis ins Bindegewebe ein. Und dann fördert es die Durchblutung und diese Vibration. Das ist ja für den ganzen Körper auch gut. Also es entspannt und beruhigt ungemein. Ich liebe es. Das ist auch hier der Oberschenkel. Ich sage dir, auch wenn man als Sportler viel Sport gemacht hat, das Laktat, wenn man also einen Muskelkater bekommen könnte oder hätte, dann würde man das Laktat rauskneten sozusagen. Man stellt das ganz individuell ein und sagt, ich brauche ein bisschen mehr mit Kraft und Stärke. Darf ich das auch mal ausprobieren? Ich habe das noch nie verwendet. Das kann ja jeder einsetzen. Hier ist auch drei. Ich denke, du kannst drei gut vertragen. Das heißt, ich stelle da hier einfach nur ein. Schauen Sie. Hier ist die Intensität. Die stellen Sie da ein. Jetzt habe ich es natürlich gleich mal höher gestellt. Da sieht man es jetzt aus. Das sieht so cool aus, das Gerät. Ich liebe die Optik von dem Gerät. Sechs. Tolles Design. Und apropos Wadenkrämpfe. Jetzt schnappe ich mir gleich mal das Gerät und nutze es für meine Waden. Weil ich bin da wirklich so ein absoluter Fan von hier auch mal sich die Waden massieren zu lassen. Das ist natürlich ein Highlight. Das sind die wellenförmigen Vibrationen, die durchs Bindegewebe gehen. So intensiv, wie das eindringt. So eine Power Massage. Das ist großartig. Guck dir das an. Das merke ich wirklich so extrem. Da muss man nicht Sportler sein. Das ist Wahnsinn. Man sieht es ja auch direkt im Gesicht an, dass du so, der Stress fällt ab, der Stress fällt förmlich ab. Und man ist wie so fünf Minuten Urlaub. Das gönnt sich doch jeder am Tag. Also verschenken Sie es, wenn Sie sagen selber, nee, brauche ich nicht. Es ist ein Knaller. Also jeder sagt, wenn ich es benutzt habe, dann, Danny, was ist los? Das sieht irgendwie so entspannt aus. Und ich denke mir so, ja, ich habe gerade meine Füße massiert. Ja, ich habe gerade meinen Nacken massiert. Schauen Sie sich das an. Das ist ganz einfach. Kinderleicht, Sie entscheiden, wo, wann, wie lange, wie intensiv, wie stark. Die Intensivität geht bis von eins zu sechs. Also Sie haben es in der Hand, wo Sie das ansetzen, wie lange und wie intensiv. Jeder einzelne Muskel ist möglich zu massieren. Und den haben Sie, Sie können hier, ah, toll. Da habe ich einen Punkt erwischt. Da bin ich aber ganz häufig verspannt. Oh, super. Oh, das tut richtig gut. Das geht richtig tief in die Faszien auch, ne? Ja, 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 richtig, richtig. Um das Laktat rauszukneten, das Gewebe zu lockern, die Muskeln zu lockern, die Muskelansätze vor allen Dingen. Auch zwischen den Schultern. Da nehme ich gerne hier diesen pilzförmigen Aufsatz, weil der ein bisschen härter ist. Und ich habe da so zwei Knoten zwischen den Schultern. Die flüchten immer, wenn dieser Pilzkopf kommt. Also ich sage, dass es ein Traum wird. Und dann zu einem ganz kleinen Preis, weil ich kenne diese Geräte, da hängt oftmals eine Null dran. Aber bei so einem Qualitätspremiumprodukt für 47,17 Euro, habe ich gedacht, haben die sich im Preis geirrt? Nee, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, liegt toll in der Hand. Also 950 Gramm, ein Designprodukt, sieht mega aus, kann ganz viel. Die vier Köpfe sind ja mit inkludiert. Sechs Stufen Intensität und dann auch noch ohne Kabel, Akku, bis zu fünf Stunden Laufzeit. Ganz leise das Gerät und ich liebe es, weil wohnt bei mir in der Handtasche? Es sollte bei Ihnen auch in der Handtasche wohnen oder egal wo in der Sporttasche. Im Auto geparkt, immer wenn Sie mal fünf Minuten haben und sagen, ich habe dir da mal ein bisschen den Nacken verspannt oder der untere Rücken. Egal, schwere Beine, fördern Sie die Durchblutung und zack, ist alles wieder im Fluss und Ihnen geht es besser. Sie haben bessere Laune. Wir haben es für Sie jetzt bezahlbar, dieses Qualitätsprodukt. Ich bin hin und weg, ich liebe es. Und so cool und designtechnisch ganz weit vorne. Ganz weit vorne, auch meine Nummer eins, das wird definitiv meine nächste Anschaffung sein. Und ich hoffe, Sie auch, weil das kann natürlich auch zu Ihrer Gesundheit beitragen. Deswegen sage ich, ich hoffe, Sie auch, weil damit sind Sie clever. Das ist Wellness pur, das ist das Trendprodukt und Sie sollten jetzt ganz schnell sein. Viel Spaß.